Jo Leute, was geht da? Ich bin Samuel wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Season-Auftrag und zwar fahre mit einem Fahrzeug durch Wasser und ihr braucht irgendein Auto, einen LKW, einen normalen Ford, einen Lamborghini und ja, hier bin ich auf jeden Fall, nein, äh, ich zeige so ein Auto, Leute, ihr braucht irgendein Auto hier, Leute, irgendein Auto, dann bin ich Richtung, äh, Wasser gefahren, so. Und hier unten war schon Wasser, Leute, ihr braucht irgendein Fahrzeug, wie gesagt, und einfach ins Wasser rein und wieder raus und so habt ihr dann auch den Auftrag schon abgeschlossen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst abonniert gerne meinen Kanal, lasst abonniert, dass keine Videos mehr gepasst und schreibt es euch aus dem Video und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.